Herzlich Willkommen in der Adler Apotheke. Mein Name ist Bernd Milenkovic. Die Adler Apotheke gibt seit 1535, also schon fast 500 Jahre. Wir sind die älteste Apotheke von Graz. Das Besondere bei uns sind unsere Hausspezialitäten. Das sind die Produkte, die wir wirklich im Haus selber herstellen und da haben wir eine ganz große Bandbreite von ganz, ganz altbewährten tollen Rezepturen, die zum Beispiel von meinem Ururgroßvater noch stammen, wie unsere Haustropfen, bis hin zu ganz modernen Rezepturen wie Entschlackungstropfen oder auch etwas für die Haut, wie unsere Hyaluronsäurekapseln. Durch unsere individuelle Beratung bekommen wirklich unsere Kundinnen und Kunden alles, wonach sie suchen. Und zwar egal, ob das jetzt eher in Richtung alternativmedizinisch gehen soll, Kräuter passiert oder auch komplett schulmedizinisch. Wir gehen auf Ihre Wünsche ein. Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns.